Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei One Piece Unlimited World Red Und wir müssen hier gegen Kizaru kämpfen Kizaru, der Marine Admiral, ist offensichtlich hier Ich habe ihm einen Fanbrief geschrieben, aber bei den ganzen Lasern und dem Zeug, das rumfliegt, kam ich nicht zu ihm durch Kann mir jemand dabei helfen? Ich habe keine Ahnung, wie die Mission übrigens heißt, aber... What? Oh, 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 stop it, stop it Too much, too much Laser Wow, 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 wow Wow, lasst mich in Ruhe Aua Ah, wieso kann ich nicht trennen? Okay, 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 okay Das war super, das Ausweichen Ähm, das war beinahe gut, vielleicht Wow, Moment, 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 Moment Lass mich hier mal wieder heilen Nein, damit Okay, so leicht kann man hier definitiv nicht ausweichen Nope Thank you So, nur ein Heil, äh, was? Ne, vier Heilkapseln verbraucht, ja Einmal heilen, aber Lange nicht einen Heiltrank Oh, das ist ein neues Stage, wo man gegen ihn kämpft, oder? Mache ich das nur? Hier kämpft man normalerweise nicht gegen ihn Was nicht viel ausmacht, weil, äh, das war ein spätes Ausweichen Oh je, der Kampf wird nicht leicht Man muss auf jeden Fall den Ton etwas leiser stellen Oh Gott, das war knapp, würde ich gerade sagen Knopf, das war nicht knapp Äh, so Oh, ba, 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 bam Ja, 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 ja Äh, ich versuche einfach so gut wie möglich Oh nein Aua So, ich brauche auf jeden Fall ein paar Heildränge Vor allem da Äh Ich will nicht, würde ich eine Chance habe Aua An ihn dran zu kommen Wow, what? Hör auf Ähm, das wird nicht leicht Nein, nein, nein Eventuell Kommt jetzt so langsam der Punkt, an dem man Tatsächlich trainieren muss, oder? Fanker? Ich komme ja nicht an ihn dran Man, ich würde ja gerne irgendwas machen, aber nö Äh, mal diese verzögerte Abwehren So, komme ich ja nicht dran Okay Ich brauche definitiv Also, Lüseabwehr ist natürlich super No, 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 no Au Nope Du wirst mich hier nicht Oh Gott Ist ja nichts anderes Hilfe Die Attacke ist neu, oder? So Auch, dass er hier zwei macht Ist echt nicht nett Ja Einfach ein bisschen rumrollen Hilft da leider wenig Aua In ihn reinrollen Übrigens auch nicht Aua Come on Nein Sorry No chance Das hat super viel gebracht Nehmen wir mal Zorro hier Vielleicht kann er da mehr dagegen machen Weil er zumindest eine Abwehr drin hat Shit Man muss ihn eigentlich fast schon Baiten Wenn ich mal so sagen Nope Yes Zumindest mal eine Leiste abgezogen so schlimm ist es doch nicht frankie wäre auch nicht schlecht gewesen ich weiß immer noch nicht wie ich den richtig ausweichen kann, vor allem wenn er an der ecke steht da ich keine ahnung und dann halt nicht nein so gut es geht zumindest sorry wow das ist ordentlich effektiv definitiv einer der kämpfe die ich nicht so mag waah moment so nice 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 wow trotzdem nur 5 minuten ja doch doch geht das echt gut badabada nur zoro ist aufgestiegen what okay ne immerhin chopper auch noch und wenn es nur einer ist und ich bin nicht mehr alleine ja ich werde dann demnächst mal ein eine folge machen wo ich wieder richtig schön die wörter ausrüsten kann und so doofer bug deswegen habe ich das gerade im moment keine lust aber egal mache ich mache ich in der einen der nächsten version denn dann sind wir auch ordentlich viel stärker wenn wir die richtigen wörter ausgerüstet haben moment ist da die bestückung nicht so gut gerichten im sand oder so was ist sie auf jeden fall crocodile und ace vor einer zeit hat ein kampf in alabaster statt gefunden wie ich höre einer der ehemaligen sieben samurai der meere war dort und auch feuerfaust worum in aller welt mag es dabei wohl gegangen sein gute frage aber erst dann müssen wir uns hier durch die ganze wüste durchkämpfen was aber mal echt gut ist denn ich brauche auch wieder rohstoffe man wird es kaum glauben und ich nehme dafür lyssop denn der ist super ja ich nehme mal wieder lyssop mit einfach weil also er wäre super wenn er denn auch treffen würde was war da eigentlich nicht zu schwer sein sollte machen wir es ja so war das soll trotzdem treffen nein das ist eine unsichtbare wand irgendwie okay von mir aus mir auch egal so war auf jeden fall sehr viel unterschiedliches zeug mittlerweile meine rohstoffe sind beinahe aufgebraucht naja so viel werde ich jetzt nicht haben aber ja ich glaube auch eine der nächsten episode wird mal wieder die story vorantreiben die wir ja auch jetzt in diesem modus etwas ja zurückgelassen haben ich meine könnte 100 prozent trotzdem wird das wir hier auch noch schaffen auch wenn es leider immer noch dasselbe ist im prinzip aber vielleicht können wir einige coole fähigkeiten kombinationen ausprobieren oder sowas und das dadurch ein bisschen nope ah das ist geil okay das habe ich vielleicht ein bisschen besser machen nein nein kannst du bitte sterben offenbar nicht nein nein schau auf bitte schau dass man da halt nichts einsammeln kann in diesem modus ich mag den ehrlich gesagt ich mein klar es mag ein bisschen langweilig aussehen aber nein lass mich in ruhe ja das dauert vor allem lange aber ich mag ihn trotzdem erst ein bisschen abwechslung und im zweispieler modus macht es echt fun dann um jemanden einfach so zu supporten nur im alleinig so muss das nicht machen so probieren wir es mal bam das hat beinahe geklappt das würde ich mal so einschätzen bam 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 schade halt wirklich dass er sich nicht so spielt wie in Pirate Royale so gut wie er sich da spielt genauso sollte es sich deshalb spielen und so bitte auch noch vielleicht ja offenbar ja bam aber mal noch den hammer drauf nope oh gott ja das trifft halt manchmal nicht damit aber ich habe direkt wieder volle sp bekommen das heißt wir können es direkt nochmal versuchen nochmal einfach totaler overtill why not right man thank you du noch okay da 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 ich muss aber halt auch ein bisschen fertig können aufstatten im moment ist er da noch nicht perfekt auf zielmodus ausgerichtet werde ich aber machen definitiv so schau mal mal das nächste mission eigentlich ist ich single player mäßig überhaupt machen muss es ist schon so lange her da ja nehmen wir das auch gleich mit cos why the hell not right dafür dass wir hier sp verlieren haben wir vor einem kampf weil ich sehr viel sp gehabt also von dem her schwere ich mich da mal nicht trotzdem wenn wir hier mal ein bisschen auf frischen und vor allem das ganze auch benutzen kochen aber das können das ist perfekt so mag ich sagen die haufenweise gekocht und das ist natürlich auch super dass wir dieser erfolg haben nein lieber wow what nice das war doch nice oder also da kann ja niemand was dagegen sagen eintritt und alle besiegt zusammen mit meinen so kommen noch die ganzen kleinen die können gestohlen bleiben so dass wir kein lauftempo ist aber das lauftempo egal so ich kann irgendwie gerade nur ans essen denken sorry hunger wir ab man sollte vermeiden mit leerem magen aufzunehmen nur so als kleiner tipp das stört den redefluss sehr stark was sind das für bildfragmente die ich da die ganze zeit sehr kann unter umständen sehr stark stören ja pio 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 vor allem wenn in einem der vater gleich eins meiner lieblings momentan essen mitbringt da schön schönes sind schinkensandwich im bestand relativ näher aber mit einer genialen coctillsoße gott dass ich das darf nein weil ich ja dadurch aus und so viele items alle mitnehmen ja doch schneller als ob das klar muss ja auch irgendwie ausbalanciert sein man im fernkampf aller ledigen könnte wäre das schon nicht mehr richtig jetzt du musst sterben nicht jetzt danke schön thank you wäre nicht nötig gewesen nein kein damage machen soweit ich das sehen kann ausweichen hier so gut es geht zumindest auch noch wer braucht schon ausweichen richtig in den boden reingerammt ja ich vergesse schon wieder wie man hier schnell sprintet und vergesse auch in die richtung es geht so wiegt man sich schnell in one piece an im world red immer abwechselnd jetzt kommen noch zwei bosse hier okay hier kommt der erste gut 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 normalerweise bedeutet das mit dass ich nur zwei episoden pro tag hochladen ja übrigens auch dass ihr längere episoden bekommt natürlich ja 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 war das vielleicht mal nicht also für euch dann heute nicht ganz so klappen könnte eventuell weil ich gerade sowieso dran bin schon längst upload die folge ist auch nicht gerade kürzer feuer ist vielleicht nicht unbedingt das beste fehl ich glaube nicht nein so der kann jetzt zwei schöne hits rein machen und leck ist das stark gut da war glaube ich noch ein anderer äh dinge dabei aber trotzdem wie immer relativ stark aber dazu kommt er nicht nach dem ich würde ich gerne behauptet haben jetzt kommt er dazu ich kann es nicht überspringen nein das geht nicht ich bin im moment übrigens immer noch dabei bayonetta 1 durchzuspielen bevor ich bayonetta 2 anfange aber egal wenn auch verdammt unfair teilweise ich weiß glaube ich auch wieder wieso ich aufgehört habe zu spielen damals ich habe es schon mal für die xbox und habe nicht richtig durchgezockt ich glaube ich weiß wieso ja ja da braucht man einiges an frustpotenzial dann versuchen wir mal noch den letzten hier rein zu kriegen ich denke mal für die episode wäre es ganz gut wenn ich einfach vor cutten würde bis dann so auch hier wieder ein multiman battle oder so wie ich würde so gern endlich mal das match war das beat zocken dazu werde ich auch einige videos machen wenn auch kein ganzes lp glaube ich nicht weil ich es an sich nicht machen wollen würde aber ich glaube meine upload situation hat sich bis zu dem zeitpunkt jetzt nicht ordentlich wow ich hatte beinahe keine kugel hier äh hat sich nicht wirklich verbessert das heißt ich kann immer noch nicht wirklich 6 äh 3 lps auf einmal 6 lps auf einmal 3 lps täglich machen ba 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 au nein nein hauer beinahe damit sollten wir diesen aber auch alle schön bewegen oder zumindest ordentlich damit auch schon viel level ab genau 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 war ich möchte irgendwie gerade alle kommen mit einem so nicht damit das ist nicht wie ich gezielt habe so ja ja 1 2 3 4 5 kannst du dich auch mal bam das ist auch tot auch nichts mehr zu sagen aua 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 dieser schaden hat mich freuen mit du und du noch so perfekter finish ja perfekter finish dann zum haupt der haupt hauptgang so rum zum dessert oder zum hauptgang eins zum beidem aber nicht beides gleichzeitig funktioniert so nicht ok ja 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 gib nur an klar ich hoffe das ist nicht so schwer Oder mach direkt deine Super-Taple. Boah, das ist okay. Passt schon. Nicht so, dass es irgendwie... Zeitrauben... Nö, nö, nö. Passt schon. So, komm her. Ich mein, acht Player-Battles. Ganz ehrlich, zum Zuschauen ist das absolut krottig, finde ich. Aber ich denke mal, dass es ziemlich Spaß macht zum selber spielen. Aua. Das ist immer so. Bam. Das trifft ja auch schön. Ich habe auch nicht viele Hellfängel gerade. Aua. Nope, 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 nope. Nein. Gut. Ich bin betäubt. Das ist immer schön. Ich werde einfach mal den Super-Mod. ausgehen, so gut es geht. Und ich meine, es ist nur mehr der Mensch. Und es lohnt sich ja eigentlich auch immer. Kann er leider nicht beenden. Das heißt, naja, Sabels bringt der nicht. Oh, und schon ist wieder weg. Nö, how dare you. Why are you doing that to me? Nope. Ich muss mich nicht hier fertig machen. Oh, gut. Ich bin ausgewichen durch Angriff. Das ist auch gut. Nope. Sorry. Keine Chance. Würde ich gerne sagen, aber... Oh, nice. Doppel, äh, super tolle Kombo. Brechen die sich ab? Das ist ja cool. Aua. Das trifft mich ja leider auch. Okay, machen wir das am besten. Machen wir das so. Bam. Und dann nehmen wir noch Sanji hier. Weil wir können... Nice. Sorgen besiegen trotzdem. Auch wenn wir jetzt einen anderen Charakter genommen haben. Und er brennt. Sanji brennt. Very nice. Guck mal, hier ist das Ganze abgesperrt. Irgendwann in irgendeiner Mission kann man sich da, glaube ich, auch frei bewegen. Wahrscheinlich, wenn man einfach so hingeht. Würde Sinn machen. Ich habe die Prüfung erwartet. Ein Mann muss kämpfen. Und ich schütze, was es ist. Oh. Items zum Verkaufen. Nice. Okay. Auf jeden Fall war es das dann schon wieder für euch. Falls es euch gefallen hat, wie wir mal liken. Falls ihr was abonnieren. Die Episoden werden nicht immer länger. Nicht immer. Aber ab und zu. Wenn ich gerade mittendrinne bin. Oder jetzt wie heute. Wenn es halt einfach sich anbietet. Boah. Ciao, Leute. One Piece. Unlimited World. Red. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 2 1